planen sie ihren nächsten urlaub bleiben sie produktiv auf langstreckenflügen mit einer zuverlässigen internetverbindung die sie mit ihrer arbeit oder unterhaltung verbindet erkunden sie die stadt ohne schwierigkeiten suchen sie nach dem beliebten café und buchen sie tickets für touristenattraktionen steigen sie in das wohnmobil ohne sich doppelt um die verbindung zu sorgen und schauen sie sich das turnier an dass sie auch unterwegs sehen möchten teilen sie den internetzugang mit ihren freunden und ihrer familie und arbeiten sie gemeinsam an gruppenprojekten und bleiben sie in kontakt erleben sie nahtlose konnektivität in ihrem hotelzimmer selbst wenn das wlan des hotels unzuverlässig ist bleiben sie auch auf einer kreuzfahrt mit ihren lieben verbunden selbst mitten auf dem ozean verbinden sie mehrere geräte gleichzeitig von laptops über smartphones bis hin zu tablets und kameras und genießen sie eine zuverlässige und sichere internetverbindung wo immer sie sind zurück im wohnheim keine sorge alle ihre geräte sind immer noch verbunden gl inetreise und heimrouter bleiben sie überall verbunden sicher und mühelos